Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter Da läuft jetzt Wasser über Holz, da müssten ja eigentlich alle Alarmglocken läuten. Warum ist das so bei euch? Genau, das ist immer eine Frage, die sich stellt natürlich, wenn Holz und Wasser zusammentreffen, dass hier dem Rohstoff Holz erst einmal sehr wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Aber wir sehen hier, wir haben eine Hydrophobierung auf unseren Dämmstoffen, nicht nur auf unseren Dämmstoffen, auch im Dämmstoff. Das ist ein Paraffin, das hier eingearbeitet wird und so einen Dämmstoff aus Holz dann auch absolut wasserfest macht, sodass wir als zweite wasserführende Ebene nichts zusätzliches brauchen. Bietet hier diese Platte auch gleich diesen Regenschutz. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark Miete erhöhen ohne Mietspiegel. 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 Vielen Dank.